Interludium, die Offenbarung, drei Tage später, irgendwo in den frostigen Gipfeln des Alterac-Gebirges. Der Lichtkönig wusste, dass ich euch töten würde? Natürlich. Er entschied schon lange vor Ausbruch der Geißel, dass ihr sein Held sein solltet. Wenn er so allwissend ist, wie können ihn die Schreckenslords dann so kontrollieren? Sie sind Agenten derer, die unseren Meister geschaffen haben, der feurigen Lords der brennenden Legion. Was ist das für eine Legion? Eine gewaltige dämonische Armee, die zahllose Welten verschlungen hat. Nun kommt sie, um diese Welt niederzubrennen. Unser Meister wurde geschaffen, den Weg für ihre Ankunft zu ebnen. Und die Schreckenslords wurden geschickt, um seinen Erfolg zu gewährleisten. Die Seuche von Lordaeron, die Zitadellen in Nordend, das Massaker an den Elfen. Das alles war nur die Vorbereitung auf eine gewaltige dämonische Invasion? So ist es. Mit der Zeit werdet ihr feststellen, dass unsere gesamte Geschichte von dem bevorstehenden Konflikt bestimmt wurde. Kommt jetzt! Wir haben viel Arbeit vor uns! Wäre es nicht an der Zeit, mich in Phase 2 des Plans einzuweinlich? Nun gut. Als Phase 1 sah der Plan des Lichtkönigs vor, die Geißel zu schaffen, um all jene auszulöschen, die sich der Ankunft der Region widersetzen könnten. Wie etwa die Streitmacht Lordaerons? Oder die Hochelfen? Ganz genau. Als Phase 2 wird der Dämonenlord herbeigerufen, der die Invasion einleitet. Und wohin gehen wir jetzt? In der Nähe liegt ein Lager der Schwarzfels-Orks, die ein funktionierendes Dämonentor besitzen. Durch dieses Tor muss ich den Dämonenlord um seine Anweisungen ersuchen. Dämonenlord, erzähl mir mehr. Was ist es diesmal? Ich warte. Das ist schon besser. Ich werde eure Augen sein. Seht, der Frostwurm. Diese untoten Drachen sind die Lieblinge des Lichtkönigs. Dieser hier wird uns gute Dienste leisten. Wer fliegt bin da eins? Im Knochenhof können jetzt Frostwürms ausgebildet werden. Diese schwere fliegenden Angreifer können Eisatem erlernen. Setz ein Gebäude vorübergehend außer Gefecht. Sprecht, Dummkopf. Endlich keine Nachproduktion mehr von Einheiten. Ihr habt gerufen? Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Seht durch meine Augen. Mal sehen. Vorsicht. Hören wir mal direkt das Upgrade. Da kommen schon die Gämmchen Orks von der Seite. Wir haben die Toten geschickt, um uns zu prüfen. Sieg den Schwarzfels-Clan. Wir Orks sind die wahren Diener der brennenden Legionen. Diese hirnlosen Untoten sind schwach und unrein. Euer Volk hat versagt, Wilder. Auch ihr müsst von dieser Welt getilgt werden. Wer hat einen Folianten fallen lassen? Einen magischen? Ein Foliant über Dämonen. Seine Brüder durften zweifellos noch mehr mit sich führen. Ich bin diesen Dämonenanbätern schon einmal begegnet. Welche Rolle spielen Sie hierbei? Das, junger Prinz, ist äußerst kompliziert. Für unsere Zwecke soll genügen, dass Sie nicht mehr in der Gunst der Legion stehen. Tja, das warmt damals. Tötet die Helden der Orks. Ich werde eure Augen sein. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Das Buch der Gesundheit mal eben noch holen. Was muss offenbart werden? Zeige mir den Weg. Seid meine Ohren und meine Augen. Vorsicht. Seht durch meine Augen. Ich werde eure Augen sein. Ich schau mal rein. Mal sehen. Ich gehe ungesehen. Sie verstecken eine Goldmine vor uns. Ich schau mal rein. Sprecht, Dummkopf. Ausbau abgeschlossen. Vorsicht. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Seht durch meine Augen. Er war nicht sofort zu sehen, der Große. Das ist schon besser. Vorsicht. Vorsicht. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Ach, könnt ihr noch nicht Steingestalt? Hm. Hm. Ich wünsche nur zu dienen. Mein Schicksal ist besiegelt. Euer Wille geschehe. Euer Wille geschehe. Forschung abgeschlossen. Ja, Meister. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Ah, endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Frostgram hat Hunger. Hm. Das kommt mir. Die Schwestung ist abgeschlossen. Ach, jetzt greift er mich hinten an. Ah, endlich. Wir haben auch schon einen Beschluss. Was ist es diesmal? Frostgram hat Hunger. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Schon okay, das kriegen die hin. Was ist es diesmal? Ich werde euer Sprecht sein. Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Ausbau abzuschlossen. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Ist etwas nicht in Ordnung? Sprecht, Dummkopf. Forschung abgeschlossen. Die Mausbewegung läuft bei dir langsam. Kenne ich nicht das Problem. Bei mir läuft die eigentlich normal. Das ist schon besser. Ich warte. Trefft eure Wahl. Was ist es diesmal? Endlich. Frostgram hat Hunger. Sprecht, Dummkopf. Was muss offenbart werden? Mal sehen. Die Verdammten stehen bereit. Euer Befehl, Meister. Ich gehorche mit Freuden. Euer Wille geschehe. Ich warte. Ich wünsche nur zu dienen. Ja, Meister. Das dürft ihr alles tun. Forschung abgeschlossen. Ich will eure Augen sein. Ich schau mal rein. Mal sehen. Ich gehe ungesehen. Mal sehen. Ich gehe ungesehen. Alles soll offenbart werden. Euer Befehl, Meister. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich schaue nur zu dienen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wir verlangen weiteres Holz. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Mein Leben für Nersul. Trefft eure Wahl. Irgendwann mal eben den Holzabbau. Nehmt, erteilt mir Befehl. Forschung abgeschlossen. Ah, endlich. Sprecht, Dummkopf. Was muss offenbart werden? Wo soll mein Blut vergossen werden? Ausbau abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Euer Befehl. Ich beuge mich bei eurem Blut. Komm mal mit rüber, du Penner. Vorsicht. Wo auch immer du Gurke herkommst. Niemand erteilt mir Befehle. Ich wünsche nur zu dienen. Euer Befehl, Meister. Forschung abgeschlossen. Ach, das ist ein Hexenmeister, der Schwarzfelsclown. Holz. Baut mal lieber unten ab. Euer Befehl, Meister. Ich beuge mich eurem Willen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Was ist das diesmal? Ich beuge mich eurem Willen. Ich gehorche mit Freunden. Mein Leben für Nersul. Mein Leben für Nersul. Seht durch meine Augen. Dummkopf. Es fehlen Foliantenmarkierungen auf der Karte. Halt mir Befehle. Ich wünsche nur zu dienen. Ich werde eure Augen sein. Die Randalierer machen mir leider Sorgen, weil sie explodieren werden. Sprecht, Domkopf. Doch, alle Einheiten sagen was anderes, wenn du die häufiger anklickst. Ich höre. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Zeitpunkt zum Angreifen. Sprecht, Dummkopf. Ich mache jetzt auch die Randalierer. Nichts. Ich komme jetzt auch die Randalierer. Ich bin jetzt auch die Randalierer. Nein. Sie sehen nicht. Das ist doch besser. Und das klingt möglich. Ja. Ich komme jetzt auch die Randalierer. Ist das auch das wohl? Ja, endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Was ist es diesmal? Unsere Streitkräfte werden nicht gegriffen. Sprich, Dummkopf. Vorsicht. Das ist schon besser. Niemand erteilt mir Befehle. Wir rufen. Sprich, Dummkopf. Was ist es diesmal? Du kannst die Stimmen ausschalten, wenn du die nicht willst, dass wenn die sich bewegen. Was ist es diesmal? Ah, endlich. Wo soll mein Blut vergossen werden? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Euer Befehl, Meister. Mein Schicksal ist besiegelt. Ich gehorche mit Freunden. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Oh. Mein, äh... Seher ist wohl gestorben. Beziehungsweise das Backtrap. Vorsicht. Sprech, Dummkopf. Wo soll mein Blut vergossen werden? Euer Wille, Geläue. Die haben unsere Verteidigung gestürmt. Opfer dich für ne gute Sache. Vorsicht. Was ist es diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das ist schon besser. Diese Beschwörung ist abgeschlossen. Was muss offenbar werden? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Schwachbäder. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Sprecht, Dummkopf. Was ist los? Sprecht, Dummkopf. Sprecht, Dummkopf. Ich werde eure Augen sein. Mal sehen. Sprecht, Dummkopf. Sprecht, Dummkopf. Ja, du kannst Ork-Einheiten übernehmen. Mein Leben für Nersul. Euer Befehl, Meister. Ich gehorche mit Freude. Die Sirenen sind in der Lage, auch wilde Tiere und so weiter bis Level 5 zu übernehmen. Aber keine Helden, oder? Doch, Helden bis Level 5 können wir, glaube ich, auch übernehmen mit denen. Vorsicht. Das ist schon besser. Forschung abgeschlossen. Ja, du kannst ein Peern übernehmen und kannst mit dem Ork-Gebäude bauen. Warum nicht? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Forschung abgeschlossen. Ah, endlich. Forschung abgeschlossen. Wir verlangen weiteres Holz. Forschung abgeschlossen. Endlich. Was ist es diesmal? Wo soll mein Blut vergossen werden? Forschung abgeschlossen. Oder Banshee. Oder Banshee. Vorsicht. Forschung abgeschlossen. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Sprecht, Dummkopf. Mein Leben für Nersul. Nicht eigentlich das Spielcrash, wenn ich einen der Helden übernehme. Ich wünsche nur zu dienen. Mein Schicksal ist besiegelt. Ihr mal mit eurem Speichern. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürzt. Daumenforschung abgeschlossen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja, Meister. Vorsicht. Euer Befehl, Meister. Euer Wille geschehen. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Frostgeart ради. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Moment, da steht auch noch ein Ghoul. So gesehen schon. Bei uns hat er in seinem Wirkungsbereich Schadenhöhe von 4% seiner Basistrefferpunkte. Das zerstört auch Bäume. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Forschung abgeschlossen. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Ne, kann den Held nicht übernehmen. Vorsicht. Das ist schon besser. Niemand erteilt mir Befehle. Ach, jetzt ist irgendwie meine Thuse gestorben an irgendeiner Ecke. Also die Banshee. Nein, ich will keine Ork-Gebäude. Mein Gott. Ich werde eure Augen sein. Ich schaue mal rein. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Seht durch meine Aufwursicht. Endlich. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Ork sind dreckig. Das ist schon besser. Das ist schon besser. Stirb, Peon. Niemand erteilt mir Befehle. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Was ist es diesmal? Vorsicht. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Endlich. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Vorsicht. Endlich. Das ist schon besser. Dann gehen wir mal außen rum. Di, 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 di. Vorsicht. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Vorsicht. Was ist es diesmal? Ah, endlich. Ihr habt geläutet. Endlich. Ja, aber ich will nichts von dir haben. Sprecht, Dummkopf. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Frostgran hat Hunger. Wozu gerade kommen den draugufen. Komm eins genau rein. Mach ja viel mehr lecker. Benni. Und da dauert nur où? Cham Bundt hat Hunger. Was ist das? Na, na, na. Im Chat ist gar keine Grabestätte. Die sind alle nur entspannt und chillig und hören zu, wie Orks sterben. Die leider nicht so schön sterben wie, äh, Elfen. Und deshalb sind alle ganz traurig. Und ja, ich hab'n Frostwürben-Petisch. Die Kriege haben unsere Verteidigung gestürmt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Äh... Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Sprecht, Dummkopf. Frostgram hat Hunger. Vorsicht. Was muss offenbart werden? Was ist es diesmal? Ah, endlich. Frostgram hat Hunger. Frostgram wird essen. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Vorsicht. Das ist schon besser. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Sprecht, Dummkopf. Dieses Lager schützt das Dämonentor. Besieg dieser Ort schnell, damit ich den Dämonenlord rufen kann. Verstanden. Verstanden. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Vers Molech Schützt. Vorsicht. SPRECHT DUBKOV. Das war's für heute. 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 Der Diener bittet euch um eine Audienz. Ihr habt mich gerufen, kleinerlich. Und hier bin ich. Ihr seid Keltusat, richtig? Ja, Großmächtiger. Ich bin euer Beschwörer. Nun gut. Ihr habt das Buch verwahrt. Heute, in drei Tagen, bei der Lohrung, beginnt ihr die Beschwörung. Sehr gut. Lasst euch immer auf Dämonen ein. Sie sind eure Freunde. Sie sind eure Freunde.